Wie fliegt man einen kontrollierten Flugplatz an? Das sehen wir in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Captain John von Educanova in Zusammenarbeit mit der Flugschule Grenchen. Wir schauen uns hier an, wie das Flugzeug mit der Immatrikulation Hotel Bravo X-Ray Yankee Zulu den Flugplatz Olympia via Anflugpunkt November aus Richtung Springfield anfliegt. Die aktuelle Position ist Attica auf 3000 Fuß und die aktuelle Artis-Kennung ist Foxtrot. Der Pilot hat die Freigabe bis November erhalten, wo er sich melden muss. Der Pilot hat Anflugfreigabe erhalten. Als nächstes muss er sich im Endanflug auf Piste 14 melden. Der Pilot hat die Landefreigabe erhalten. Der Wind muss nicht zurückgelesen werden. Hotel Yankee Zulu, vacate left on Charlie, contact ground 121.805 Left on Charlie, 121.805, Hotel Yankee Zulu Der Pilot wird aufgefordert, sich bei der Bodenkontrolle zu melden. Der Pilot kann jetzt zur Parkposition rollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017